Willkommen zurück zum Tutorial und Let's Play Age of Wonders 4. Mein Name ist Kox und aktuell Leute, seit Folge 7, also seit der letzten Folge, kümmern wir uns um das Szenario verzauberter Archipel auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Wir machen hier in Runde 10 weiter. Wir hatten ja in der letzten Folge alles soweit, bin ich der Meinung, erledigt. Ich gucke gerade nochmal Seelenbinder. Wir haben noch nicht so viel Mana, wir sparen erstmal Mana. Wir gehen jetzt in die 11. Runde. Ne, wir können hier noch den Speer ziehen. Ne, gehört schon zur nächsten Runde. Alles gut. Ich weiß nicht, warum das Ganze hier runtergesprungen ist. Die Kamera. Dann schauen wir erstmal, was wir freigestaltet haben bei den neuen Reisentwicklungen. Ist einiges. Hier super nett. Plus 20 Kampf- und Weltkartenzauber. Was haben wir hier oben? Die Einheitenversorgung von Einheiten magischen Ursprungs wird um 20% reduziert. Leute, das ist für unsere Spieleweise natürlich Gold wert. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viele magische Kreaturen haben, ist es aktuell noch nicht so stark, aber später. Erdabtragung, da es hier, wie gesagt, kaum Erdreich gibt, ist das für dieses Szenario, ich will nicht sagen nutzlos, aber ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Was haben wir hier bei der Natur? Gründung oder Übernehmen von Städten dauert zwei Runden weniger. Naja, da wir jetzt eigentlich schon unsere zwei Städte erstmal haben, bringt uns das aktuell auch nicht so viel. Wir haben hier rechts noch eine Stadtruine gesehen, die wir demnächst versuchen aufzubauen. Ich hoffe, ich denke daran, dass wir die vielleicht vorher nutzen, dann haben wir gleich plus 1 Bevölkerung. Ansonsten nehmen wir für den Moment, was haben wir? 234. Kampf- und Weltkartenzauberpunkte. Nehmen wir hier direkt dann doch das mit 400 Imperium-Leute-Schattenfesselung, dass die magischen Einheiten, ja, billiger sind für den Moment. Noch ein Golem ist jetzt auch pünktlich fertig. So, ein zweites Buch, Leute. Äh, Kryomanie für, ja, so Eiszauber werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Wir nutzen jetzt aus dem astralen Bereich Buch der Heraufbeschwörung. Ja, gibt das nochmal ein paar, ja, Blitzzauber. Und ein paar weitere Kreaturen. Genau, der Rest reizt mich nicht so sehr. Außerdem kriegen wir Blitzwaffen, Einheiten, ähm, Verzauberung für unsere Nahkämpfer. Und Kanalisierungsturm für extra Mana. Das ist auch sehr nützlich auf jeden Fall. Schnappen wir uns dieses Buch. Ja, wobei ich sagen muss, dieses Buch, da bin ich jetzt nicht super heiß drauf, aber es hat ein paar Verbesserungen, die für uns, ähm, nützlich sind. Aber wir konzentrieren uns schon hauptsächlich, sag ich mal, auf die Seelen. Ähm, da gibt es ja auch bald dann Stufe 2 und Stufe 3 Bücher. Was haben wir hier? Mutteresche, auch ein Gold. Haltes Wunder. So, wir decken hier weiter die Karte auf, auch wenn wir hier nicht viel erwarten können, da er schon hier seine Städte gebaut hat. Äh, was haben wir hier gemacht? Ah ja, wir sind ja gerade im Untergrund. Ah, sehr gut. Dann ziehen wir mal unsere Heldeneinheit da noch mit hin. Und dann werden wir die gemeinsam besiegen. So stark sind die ja auch nicht. Sehr gut, keine Verluste. Und dann werden wir hier, Leute, wo das, ähm, Goldlager ist, werden wir einen Außenposten bauen, in dieser Provinz, ja. Kostet 50 Gold. Wir werden hier aber regelmäßig, äh, durch das Goldlager, äh, durch die Goldader werden wir plus 10 Jahr pro Runde, ne, einnehmen. Das heißt, die ersten 5 Runden, wenn wir das eingenommen haben, ne, werden wir das Geld sozusagen erst zurückzahlen, zurückbekommen und danach werden wir ja erst angefangen Gewinn zu machen, aber dann machen wir natürlich das ganze Szenario und durch Gewinn. So, die Einheiten ziehe ich jetzt zusammen. Dass die einfach ein bisschen stärker sind, dass wir nicht mehr so viele Einheiten verlieren. Das haben wir hier. Immer noch das Skelett, was ich nicht brauche. Ach so, schon wieder fertig, die nächste Produktion. Okay, schauen wir mal, was hatten wir als nächstes geplant? Äh, wir sind in dieser Stadt, dann wäre die Werkstatt jetzt, ne, natürlich super für noch mehr Produktion. Dauert auch nur eine Runde. So, was machen wir hier? Hier hatten wir offene Grenzen. Wollen wir hier oben rechts noch schauen, ob wir hier noch irgendwas kriegen? Ja, gehen wir erstmal nach oben rechts. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Boni, die am Boden liegen, wie das hier. Ne, da ist eine Einheit drauf, leider. Kann man nicht viel machen. Hier ist eine Einheit fertig geworden. Ziehen wir sofort zu unserem Helden rüber. Gehen nochmal kurz die Städte durch. Ist aber alles, ne, ist nicht alles ausgewählt. Hier können wir ein weiteres Skelett erschaffen. Dauert nur eine Runde, machen wir auch. Ihr seht also, Leute, ne, durch das Kämpfen, durch das Töten von Einheiten, kriegen wir später mit noch mehr Einheitenverzauberung, mit noch mehr Zaubern, kriegen wir mehr und mehr Seelen. Und mit Seelen könnt ihr, ist eine Ersatz- oder ist eine weitere Ressource, eben auch Einheiten ausbilden und sowas. Wie sieht das jetzt hier? Ach so, ja, das ist schon fertig. geworden. Steinmetz würde jetzt zwei Farmen benötigen. Hatten wir jetzt eine Farm gebaut hier? Ja, eine Farm hatten wir. Jetzt könnten wir auch hier überlegen, ob wir ein bisschen Bevölkerung anziehen. Oder ob wir jetzt, da wir ja eh auch mehr Mana haben, wollen vielleicht jetzt den Schrein auch erstmal bauen. Auch wenn das jetzt nicht perfekt ist für das Wachstum von der Stadt. Wollen wir ja auch auf mehr und mehr Mana gehen. So, schauen wir mal, ob es hier oben... Ich weiß nicht, ob ich auf Wasser übersetzen soll. Wir machen es einfach mal und gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Aber wahrscheinlich nicht. So, wir wollen natürlich nicht einbringen und uns mit ihm verscherzen. Aber hier ist anscheinend seine Hauptstadt. Ja, hier sind seine ganzen Städte. Wir können höchstens außen herum gehen. So, die Einheit ziehen wir weiter durch. Außenposten wird gebaut. Wir gehen nach oben. Ja, jetzt kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir um unsere Städte herum natürlich alle Gegner weg haben. Ja, die uns stören. Gerade bei den Provinzen, die wir auf jeden Fall einnehmen wollen. Hier sehe ich gerade auch noch einen Boni, die wir mitnehmen können. Das heißt, du gehst jetzt zu dem. Du gehst auch wieder nach oben. Dann machen wir mal hier alles platt. Vielleicht so in die Richtung, dass wir die zuerst rausnehmen. Können die noch ziehen? Nee, ne? Keine Bewegungspunkte mehr. Ihr wartet dann dementsprechend auch. So, das Skelett ziehe ich jetzt rüber zu dem Skelett. Und jetzt haben wir hier ein Zauberjahr schon freigeschaltet, Leute. Lernt sich Knochen-Golem erschaffen. Kostet auch nochmal die 10 Seelen. Aber dann seht ihr, verbinden wir zwei Skelette eben zu diesem Knochen-Golem, der dann eine Stufe-2-Einheit ist. Das haben wir auf jeden Fall auch als nächstes vor. Mehr können wir hier nicht machen. Gehen wir weiter. So, Kornspeicher ist auch fertig. Ja, unsere Hauptstadt geht echt schnell voran. Ah, jetzt hätte ich auch gerne diese Nahrung, ehrlich gesagt. Aber wollen wir jetzt schon die nächste Stufe haben? Nachtwächter wäre natürlich nicht schlecht. Stufe 2, Nahkampfeinheit, die uns so ein bisschen beschützen kann. Unsere Magier, Hexenmeister, ist auch nicht so schlecht. Ja, nehmen wir erst das Rathaus jetzt. So, was können wir an Einheiten produzieren? Was haben wir noch an Gold? Also, wir geben im Moment mehr Gold aus, natürlich pro Runde, als wir einnehmen. Von der Wächter jetzt auch langsam mal vorsichtig. Was haben wir aktuell für Einheiten? Ich schaue mir das Ganze nochmal kurz an. Wir haben hier Unterstützungseinheit, Zauberer, einen Nahkämpfer. Hier haben wir nur einen Nahkämpfer drin. Hier haben wir zwei weitere. Einen schiebe ich mal direkt rüber. Dass die auf jeden Fall zwei Nahkämpfer haben. Brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt so viele. Vielleicht nochmal einen weiteren Dunkelkrieger produzieren. So, Außenposten ist gegründet, Leute. Und ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben jetzt oben plus 10 Gold bekommen. Ne, haben wir nicht bekommen. Verdammt. Jetzt waren wir eben schon unten. Egal, wir haben nicht viel verloren. Ich habe die Einheit gar nicht gesehen. Ich weiß nicht. War die nicht sichtbar? War die unsichtbar? Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Egal, entweder ich war blind oder die war echt nicht sichtbar. So, was wären wir als nächstes? Erporschen, Heraufbeschwörer. Wäre natürlich eine Magieeinheit für uns. Auch Stufe 2, was gut ist. Was haben wir noch aber? Blitzschwall. In der feindlichen Zielarmee alle Einheiten allein. 20 Blitzschaden. Achso, auf der Weltkarte können wir das Ganze auch nutzen. Und was haben wir hier? Brandmal des Zorns. Würde auch einige Einheiten bei uns treffen. Gewährt allen Einheiten außer Dunkeleinheiten schwache ausmerzen, was den Schaden erhöht, der Feind mit negativen Statuseffekten zugefügt wird. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Na, wir haben im Moment eh nicht das Mana. Dann nehmen wir erstmal das Brandmal. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Auch wenn wir nicht viel verloren haben. Wir können da ja gleich wieder hingehen. Aber ich habe die überhaupt nicht gesehen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Geben wir ins Wasser oder gehen wir noch mal ein bisschen nach oben? Geben wir noch ein bisschen nach oben, ein kleines Stück. Was machen wir mit dem Speer? Na, hier war leider nichts mehr. Verdammt. Gehen wir ein bisschen weiter Richtung Süden. So, dann werden wir die jetzt hier erstmal besiegen. Dann kriegen wir hoffentlich auch die Seelen. Äh, nein. Wir sind auf jeden Fall gut überlegen. Das haben wir einen Krieger verloren, Leute. Ich werde das Ganze mal hinnehmen. Damit zufrieden sein. Haben immer noch nur neun Seelen. Wir brauchen leider zehn. Diese Einheit ist, glaube ich, recht stark mit 450. Na gut, dann gehen wir jetzt zurück. Und holen uns hier die Goldhader. So, neue Provinz, die wir annektieren können. Ah, jetzt bin ich schon wieder raus. Was wollten wir hier als nächstes machen? Rathaus erstmal nicht. Wir brauchen das nicht. Aber Steinmetz. Eine zweite Farm wäre gut. Eine zweite Farm. Hier ist noch eine Weidefläche. Ja, perfekt. Dann nehmen wir die erstmal mit. Oder hier die Produktion. Aber ne, ich nehme die Weidefläche für 15 Dings. Das ist super. Und dann haben wir jetzt eben auch den Steinmetz verstärkt. Kostet weniger. Nehmen wir mehr Produktion. So, die will ich jetzt langsam mal umwandeln. Werden wir auch dann gleich schaffen. Und ich kann die ja schon mal in die Richtung trotzdem runterziehen. Wobei, wir müssen auch aufpassen wegen der Piratenbucht. Ja, dann lasse ich sie erstmal da stehen. Na, Mana will ich noch ein bisschen sparen. Falls sich jemand wundert, warum ich noch nicht diese Zauber nutze, diese Einheitenverzauberung. So, jetzt sind wir hier gleich bereit. Greifen den an. Dürfte auch nicht so schwer werden. Haben auch keine Einheit verloren. Sehr gut. Was haben wir hier bekommen? Hm, eine weitere Waffe. Schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Ja, jetzt habt ihr es vielleicht gesehen. Wir haben plus 10 Gold bekommen. Außenposten, um das kurz einmal klar zu machen für die, die das nicht richtig wissen oder verstehen. Außenposten machen sehr viel Sinn, um eben so eine Goldader zum Beispiel einzunehmen. Ihr habt jetzt gesehen, 50 Gold haben wir ausgegeben. Das dauert also 5 Runden, bis sich das Ganze anfängt zu rechnen. Außerdem macht es Sinn, Dinge einzunehmen, wie magische Materialien zum Beispiel, ja. Oder Mana-Knoten oder so. Also alles, was hier oben ist. Also Gold, Mana, Wissen, auch Wissen ist woanders. Wissen ist hier auf der linken Seite. Imperium, wofür es keinen Sinn macht. Das sehen wir jetzt hier nämlich auch mal als gutes Beispiel. Wir könnten ja jetzt hier raus ein Arbeiterlager machen. Und dadurch können wir einen weiteren Bereich, eine weitere Provinz noch dazu nehmen. Dann könnten wir also dieses Eisenlager mit reinnehmen. und würden ja 10 Produktionen bekommen. Die Produktion ist aber immer an die Stadt gebunden, an die die Provinz eben angeschlossen ist. Und da das keine Stadt ist, ist diese Produktion vom Eisenlager komplett verschwendet. Also jetzt hier raus ein Arbeiterlager zu machen, wäre komplett verschwendet. Was allerdings Sinn machen könnte, was hier auch keinen Sinn macht, an der Position eine Stadt zu gründen, ist absoluter Schwachsinn. Was hier aber Sinn machen könnte, zur Verteidigung zumindest ein paar Lisanenwelle aufzubauen. Falls hier mal ein Gegner hinkommt, weil er dann das Ganze erstmal für zwei, drei Runden belagern müsste, dann könnten wir unsere Truppen hierher schicken. Ich meine, wir reden hier nur über eine Goldader von 10 Gold. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal, Leute. Ich spiele mal risikoreich. Aber das wäre eine Überlegung wert. Dann hättet ihr halt 110 Gold ausgegeben und erst ab der zwölften Runde würde sich die Goldader für euch dann wirklich rechnen. Gehen wir hier wieder raus. Was haben wir hier eigentlich? Da gehen wir erstmal nicht hin. Von der ist mir das egal. Wir wollen jetzt alle Einheiten wegräumen, die uns irgendwie stören und uns Ressourcen kosten. Ja, jetzt wo wir mit unserer Kampfeinheit auch ein bisschen gescoutet haben, Leute, geht es darum, eben unseren Bereich mal zu sichern, um unsere Städte herum. So, Heldenaufstieg. Was ist eigentlich mit der Waffe? Welche ist besser? Einmal vergleichen mit der Eiltaste. Schwerer Sturmhieb. Da haben wir nur Sturmhieb. Ja, 27 gegen 22 Schaden ist natürlich besser. Und alles andere, was rechts drauf ist, ist links ja auch drauf. Außer gespaltener Widerstand. Dafür haben wir Vernichter der Riesen. Ich würde sagen, die linke Waffe ist insgesamt auf jeden Fall besser. Ist auch eine Stufe 2 Waffe. Dann wechseln wir die Waffe auch einmal. Und verwenden gleich das Level ab. Wie gesagt, wir haben hier einen Helden, Leute. Ja, sehr wichtig. Kämpfen 2. Nochmal 10% mehr Schaden wäre super. Ein Nahkämpfer, den wir pushen wollen. Aber hier unten haben wir vielleicht auch noch was. Nee. Das ist alles nicht so stark. Dann nehmen wir erstmal Kämpfen Stufe 2. Verstärkt seinen Schaden. Der Herrscher ist auch aufgestiegen. Hier haben wir ja einen Magier. Jetzt haben wir hier alles freigeschaltet. Nicht viel. Da leider auch noch nichts. Aber hier beim Anführer. Hatte ich ja schon gesagt. Und minus 20% Einheitenversorgung ist einfach super für unser Gold und Mana. Und dann nehme ich das Ganze mit. Sehr gut. Dann versuchen wir diese jetzt mal rauszunehmen. Auch wenn wir hier ein paar Stufe 3, 2 Einheiten haben. Als Gegner. Scouten weiter in die Richtung. Hier haben wir alles auf. Dann gehe ich jetzt auch nach rechts mit dem Speer. Mich wundert gerade, dass wir Nemo noch nicht kennengelernt haben. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Untergrund. Also ziemlich wahrscheinlich ist sie hier unten rechts. Und da es Nemo ist, also mit Wasser zu tun hat, wird sie auch nicht im Untergrund sein. Dann würde ich sagen, brechen wir hier mal sozusagen ab und gehen erstmal hier nach unten. Ja, da sehen wir gleich viele Gegner. Kommen wir hier dran vorbei. Ah, hier haben wir Gegner, die wir für den Auftrag brauchen. Das Monsterversteck. Wir haben jetzt langsam genug Mana, Leute. Zumindest für Seelenbinder. Einheitenverzauberung. Auch wenn wir im Moment nur eine Kampfmagiereinheit in der Armee haben. Dann kriegen wir allerdings nochmal mehr Seelen. Wenn ich das Ganze auswählen. Und wir können auch den Knochen-Golem erschaffen. Machen wir den zuerst. Davon profitieren wir vielleicht schon nächste Runde. Okay, weitere Einheit ausbilden. In dieser Stadt. Uns geht aber langsam das Gold aus. Ne, machen wir jetzt mal nicht. Ja, jetzt meldet sie sich. Ich weiß nicht, ob das in diesem Szenario an eine Runde gebunden ist. Oder ob wir sie jetzt doch irgendwie entdeckt haben. Oder sie uns. Wir treffen auf jeden Fall auf die Sirenen-Göttin Nimue. Du triffst auf Nimue persönlich. In ihren Augen flackern Hass und Tollheit. Mit Nimue kann man nicht vernünftig reden. Du kannst das Reich nur befreien, indem du sie besiegst. Das ist also automatisch wie bei Yaka. Da haben wir gar nicht die Wahl, mit der irgendwie zu verhandeln oder so. Nein, das ist ein Krieg. Und ich denke mal, die werden wir dann am Ende auch besiegen müssen. So, die Stimme der Vernunft nachspiel. Durch Verhandlungen mit der Seherin von Fluktum hast du Dezimus dem Unerschütterlichen nahegelegt, dass dein Ziel, Nimue aufzuhalten, gerechtfertigt sein könnte. Dezimus lässt sich nicht so leicht überzeugen, aber du hast erste Zweifel an seinem Glauben geweckt. Okay, ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass der uns irgendwie nochmal in den Rücken fällt, dass er irgendwie was anderes vorhat, aber er scheint uns eine Chance zu geben. So, wir sind zwar eigentlich ein böser Charakter, aber ich glaube, ich gehe hier auf Nummer sicher. Für das bessere Verhältnis mit plus 300 zu ihm werden wir hier mal eine gute Entscheidung treffen. Und ja, wir haben ja eigentlich fast nur positive Effekte, also das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir kriegen ja auch direkt eine Zaubererverbindung mit ihm. Ja, sehr gut. Nehmen wir das. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt alles freigeschaltet haben. Flugdummen. Da haben wir auch eine weitere Stufe. Haben wir ja noch einen Handel am Laufen. Preisentwicklung, was haben wir freigeschaltet? Immer, ne, 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 ne. Das ist sehr wichtig. Erweiterte Führung, also noch mehr Städte brauchen wir aktuell nicht. Straßenbau auch nicht unbedingt. Stimmt, wir hatten ja noch diese Stadtruine. Da sollten wir uns jetzt langsam hinbewegen. Für die dritte Stadt, das ist viel wichtiger. Also Leute, das ist auf jeden Fall hier sehr stark. Ja, gerade am Anfang von einem Szenario, von einem Spiel, Leute. Weil ihr seht, immer wenn ihr etwas erforscht, wird eine andere zufällige Fertigkeit um 25 Prozent, also die Wissenskosten dafür verringert. Ist auf jeden Fall auch sehr mächtig. Dann werden wir das Ganze auch gleich mal mitnehmen. So, Seelenbinder ist bereit. Können wir auch gleich verzaubern. Knochen-Golem ist auch bereit. Wir hatten ja unsere zwei Skelette an der Position. Ja, dann wird daraus jetzt ein Knochen-Golem. Stufe 2 Einheit, Nachkampfeinheit. Sehr cool. So, Blitzklingen halte ich jetzt erstmal noch zurück. Wobei, es würden vier Einheiten davon profitieren. Indem sie einfach mehr Blitzschaden machen. Was kosten die im Unterhalt? Zwei pro Dings. Das sind acht Mana. Egal, nehmen wir mit. So früh wie möglich natürlich stark werden. Die Einheiten stark machen, damit sie möglichst viele Gegner wegräumen können. Das haben wir hier das Ganze auch schon wieder beendet. Das nächste Gebäude. In einer Runde kriegen wir auch mehr Bevölkerung. Das können wir uns schon mal merken. Dadurch, dass wir jetzt Rathausstufe 2 haben, haben wir bessere Einheiten. Was macht der Verhörkerker? Den kannte ich auch noch nicht. Okay, er gibt einfach mal mehr Wissen auf Kosten von Stadtstabilität. Sauberer Turm. Imperium brauchen wir aktuell noch nicht unbedingt. Dunkle Schmiede freigeschaltet. Für mehr Einberufung und Gold. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Erst recht, wenn ihr in der Nähe einen Steinbruch habt. Oder eine Mine. Das können wir später mal so umbauen, dass wir da sehr stark von profitieren. Werden wir wahrscheinlich auch machen. Mehr Mana. Erstmal nicht. Dann gehen wir erstmal auf noch mehr Nahrung für noch mehr Bevölkerung. Nehmen erstmal die Gutshalle mit. Wir haben hier aktuell auch fast plus 100 Gold an Einnahmen pro Runde. Das ist ordentlich, sag ich mal. Haben wir auch eine Einheit produziert. Ja, haben wir. Hier genauso. Nein. Hatten wir ja erstmal sein gelassen, weil wir nicht so viel Gold haben. So, dann gehen wir hier weiter hin. Ziehen wir diese Einheiten jetzt auch dahin. Und dann sollten wir doch ein bisschen stärker sein. Dann führen wir diesen Kampf hier. Ja, das ist trotzdem recht starker Gegner. Wir verlieren leider einen Dunkelkrieger. Aber auch das nehme ich auf jeden Fall jetzt mal so hin. Dafür haben wir jetzt aber auch das Akonierblut bekommen. Müssen wir nur noch einen nehmen. Ne, haben wir ja schon. Ist schon in unserer Provinz. Sehr gut. Was haben wir hier? Ewiger Quell. Altes Wunder lohnt sich auch mitzunehmen. Weil wir auch bald schon hier sind. Als nächstes nehmen wir diese Provinz ein. Oder eben das. Und dann können wir auch schon dahin expandieren. Ist aber ein Umweg. Vielleicht sollten wir eher zur Stadtruine gehen. Überlege ich gerade. Machen wir das hier später. Wir gehen jetzt hier ins Wasser. Machen wir jetzt hier. Wir befreien hier diese Fische. Diesen Fischschwarm, der darunter ist. Akonierblut erhalten. Sehr gut. Hier wollen wir erstmal nur scouten. Hier stehen so viele Gegner rum. Hier ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Ist auch wieder nur so ein Bereich. Mit ein, zwei Boni. Jetzt haben wir hier einen Ruhepool. Und ein großes Monsterversteck. Was wir auch für die Aufgabe benötigen. Wo sind wir jetzt? In der Richtung. Ja, da sind wir erstmal fertig. Gehen in die nächste Runde. Ich bin mit dem Start eigentlich mit den ersten Runden. Wir sind ja jetzt in Runde 12 oder so. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir sind auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da müssen wir auch effizient spielen. Sag ich mal. Handelsangebot erhalten. Okay, offene Grenzen. Ja, wir haben ja super Beziehungen zu ihm. Warum nicht? Dann kann ich auch durch sein Gebiet laufen. Er auch durch Mainz. Aktuell kommen wir uns ja nicht in die Quere. Mal schauen, was er hat. Er hat Regenbogenklee. 100 Beziehungen auf freie Städte. Wir haben schon eine gute Beziehung. Brauchen wir nicht unbedingt. Ansonsten abkommen. Würde uns irgendwas gerade weiterhelfen? Nein. Dann lassen wir das Ganze so. Nachricht erhalten. Ja, wir sind uns ähnlich. Alles gut. Und eine Freundschaft hat er uns erklärt. Ja, super. Freundschaftserklärung, ne? Fördern eben auch diese Reichsbeziehungen. Da wir jetzt aber schon bei 800 sind, brauche ich das nicht. Weil es eben auch 100 Gold kostet, wenn man das selber macht. Von daher lasse ich das so. Wir sind ja schon zufrieden. So, Dämmerflucht. Unsere erste Stadt kann wieder eine Provinz annektieren. Wie gesagt, hier möchte ich jetzt dann auch relativ früh anfangen, Einheiten zu produzieren. Das heißt, wir wollen so früh wie möglich Rathausstufe 3 haben. Und wir wollen dann auch mehr Einberufung haben, damit das Ganze schneller vonstatten geht. Gold sieht okay aus, aber auch nicht super gut. Gut, könnten wir auch verbessern, genauso wie Wissen. Jetzt haben wir halt viele Möglichkeiten, ne? In welche Richtung wir mit dieser Stadt gehen. Zaubererturm, Imperium ist aktuell noch okay. Brauchen wir nicht unbedingt sofort. Hier kriegen wir plus 20. Wäre verstärkt, wenn wir zwei Steinbrüche hätten. Wir haben im Moment überhaupt keine Steinbrüche. Dann steigern wir erstmal unsere Goldkosten etwas. Und nehmen auch die Bibliothek mit. Für mehr Zaubererforschung. Das ist gar nicht so unwichtig, dass wir jetzt schon langsam damit anfangen. Dann überlege ich aber trotzdem gerade, was wir haben. Also wir haben zwei Farmen, drei Försterei. Eine weitere Försterei brauchen wir auf gar keinen Fall. Wir bräuchten langsam mal einen Steinbruch, um einige Dinge zu verstärken von den Gebäuden, ne? Die eben das brauchen. Oder eine weitere Farm. Ne, ja, ne. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall einen Steinbruch, den wir aber nicht kriegen können. Ja, ihr seht, das Symbol gibt es ja gar nicht. Können wir gar nicht mehr. Müssten wir irgendwas anderes ändern. Das mache ich aktuell nicht. Dann machen wir folgendes. Nehmen wir jetzt diese Gebiete hier ein. Also was haben wir hier? Fisch. Hier kriegen wir dann nochmal plus 10 für das Austernriff. Plus 10 Gold. Das heißt, wir kriegen am Ende plus 12 Gold, zwei Einberufungen und neunmal Nahrung. Sehr, 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 sehr stark, Leute. Und das können wir dann auch noch wegmachen für noch mehr Fisch im Hintergrund. Also mit der Hauptstadt sind wir echt sehr gut versorgt eigentlich. So, hier haben wir nur Mana-Knoten. Hier ist nichts, ne? Gehen wir jetzt mal rüber. So, gehen wir auch mit denen ins Wasser. Gehen da rüber. Haben wir die besiegt. Gegen weiteren Helm. Was ist mit unserem Nahkampf-Helm? Hat der schon Helm? Ne, kriegt er den? Wir haben mehr Verteidigung. Jetzt hat der leider alleine gekämpft. Können wir den gar nicht ziehen müssen. Egal. Hier können wir jetzt auch eine weitere Provinz einnehmen. Wir haben zwei Farmen und ich wollte ja eigentlich in diese Richtung. Einen Steinbruch. Hier könnten wir nochmal eine Farm bauen. Wenn eher einen weiteren Steinbruch. Aber da haben wir hier die Möglichkeit. Machen wir das auch hier? Find ich gut. So, der wartet. So, Gold geht jetzt doch relativ rapide runter. Vielleicht sollten wir das Ganze erstmal so sein lassen. Und dann gehen wir erstmal in die nächste Runde. Ja, ihr seht. Gold hält uns jetzt so ein bisschen auch zurück. Obwohl wir ja gerade erst zwei Städte haben. Aber wir sind halt so gut, von den anderen Ressourcen her so gut und effizient vorangekommen. Ja, dass wir doch relativ viel Gold jetzt schon verloren haben. So, ich ziehe jetzt mal die Einheit da rein. Dann haben wir eine Vierer und eine Fünfer. Und da wir nach oben wieder wollen, besiegen wir vielleicht erstmal die oben. Bevor wir dann hier zur Piratenbucht gehen. Da die nicht besonders stark sind. 180er Stärke, 220er. Schicken wir vielleicht nur die rüber. Ne, wir schicken beide. Wir schicken beide. Dann ist es sicherer, dass wir auch keine Einheiten verlieren. So, jetzt verzaubern wir unsere Klingen. Macht uns nochmal offensiv auf jeden Fall stärker. So, was macht Vollendung? Feindliche Einheiten im Umkreis von einem Feld. Allein 15 Blitzschaden haben eine Chance, elektrifiziert zu sein. Wo sie nochmal jede Runde Blitzschaden bekommen. Acht Blitzschaden. Bin ich auf jeden Fall besser als diese Stufe 1 Kreaturen, die ich nicht benötige. So, was wollen wir jetzt hier als nächstes machen? Also, Kornspeicher wäre eine Möglichkeit für noch mehr Nahrung. Steinmetzhalle. Dritte Farm. Haben wir aktuell nicht. Einheiten wollen wir hier erstmal nicht produzieren. Zweite Försterei. Wir haben überhaupt keine Försterei. Wir bauen hier auch keine Försterei. Das heißt, wir werden den Kornspeicher einfach so bauen. Genau. Ne, hier ist wirklich gar nichts. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Mit dem Speer. Wie sieht es hier aus? So, eine weitere Einheit noch dazu oder nicht? Das können wir aktuell bauen. Wir können ja diese Nachtwächter jetzt bauen. Dauert auch vier Runden, kostet 100 Gold. Werden wir jetzt einfach mal machen, dass wir da stärkere Nahkämpfer bekommen. Ja, besiegt er jetzt für uns die Piratenbucht. Okay. Gibt er uns auch noch ein Kompliment. Jo. Find ich super. Und wir haben eine weitere Stufe bei den Vasallen erreicht. Eilbären haben wir jetzt auch erhalten. Wo sind die? Da. Okay, das ganze Gründen und so, ne? Von Städten dauert zwei Runden weniger. Ist jetzt nicht super wichtig. Aber wir haben es schon mal eingesackt. Gehen wir jetzt da erstmal nach oben. Mit dem Speer weiter in diese Richtung. Den ziehen wir wieder nach oben. Na, ist hier ein Schatz, den wir vielleicht bergen können? Oder war hier eine Einheit drauf? So, Handelsangebot bekommen. Von Otto, der anderen Fraktion. Okay, er will Gold haben. Gold habe ich jetzt auch nicht so viel, aber... Romana brauche ich nicht unbedingt. Machen wir eben einfach... Wie ist die... Ja, Reißbeziehung ist so. Ohlala, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn wir ihm das ruhig mal als Geschenk geben. Weil, ja, wenn wir ihn auch auf unsere Seite ziehen können, ist das natürlich sehr wertvoll gegen Nemo, ja? Ich gucke gerade auch nochmal. Gibt es irgendwas, was wir gar nicht brauchen? Kosmische Kugel. Könnten wir ihm als Geschenk geben. Aktuell habe ich nicht vor, einen weiteren Zauberer reinzunehmen in unsere Armee. Ja, schenken wir ihm das Ganze für noch mehr Reißbeziehung. Dass das erstmal ein bisschen stabilisiert wird. In der feindlichen Zielarmee. Alle Einheiten allein. 20 Blitzschaden. Alle Einheiten allein für eine Runde auf der Weltkarte. Minus zwei Blitzwiderstand. Unheilvoller Fluch. Feindliche Einheiten im Umkreis von einem Feld erhalten. Okay, die werden auf jeden Fall geschwächt. Das finde ich gut. Das ist nochmal eine Einheitenverzauberung. Verursachen plus zwei. Hatten wir das nicht schon? Blitzschaden erhalten eine Basischance von 30% auf Dings. Das betrifft im Moment nur eine Einheit bei uns. Nehmen wir den Fluch erstmal mit. Schauen wir mal, was uns später noch angeboten wird. Wir sind jetzt hier relativ zentral. Hier ist auch nochmal was. So, ja. Jetzt sind wir hier raus. Ach, verdammt. Ne? Hier ist nur einer drauf. Dann ziehen wir den Speer gleich wieder zurück aufs Land und gehen da lang. Wie sieht es hier aus? Die Armee steht bereit in Stellung. Wir greifen an. Wir sind da eher... Ja, hier sind wir gerne böse. Nehmen die Erfahrungspunkte gerne mit. Und eben auch die Seelen natürlich. Na, hier haben wir leider eine Einheit verloren. Allerdings nur ein Skelett. Mein Gott. Ist jetzt nicht schlimm. Spinnenjungenglocke. Was ist das Ganze? Beschwört eine zufällige Spinne der Stufe 1. Naja. Nicht super stark. Und ich glaube, wir haben Level-Ups bekommen, ne? Für unsere Einheiten. Ja, rüsten wir das Ganze einmal aus. Das Level-Up bei unserem Zaubererkönig. Wie werden wir das Ganze einsetzen? Ich warte ja darauf, dass diese Sachen hier mal freigeschaltet werden. Das dauert noch ein bisschen anscheinend. Aber auch er hat die Verteidigungsausbildung jetzt freigeschaltet und alles andere. Ja, Ausdauer und so. Präzisionstraining ist auch nicht schlecht. Weil es auch noch 10% kritische Trefferchance gibt. Gehen wir erstmal auf die Verteidigungsausbildung, um das Ganze ein bisschen zu pushen. Ja, betrifft die ganze Armee. Hat er schon Stufe 5? Auch hat er schon lange. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Leute. Können wir da jetzt nochmal reinkommen? Ja, da. Dann kriegen wir ja diese Spezialfertigkeit, die wir jetzt noch mitnehmen können. Müssen wir uns mal kurz anschauen. Feindliche Einheiten in einem Umkreis von einem Feld. Fehlschlag für eine Runde mit ihren Angriffen. Ist auch nicht schlecht. Wenn die dann wirklich mit jedem Schlag verfehlen, meucheln. Nee. Er ursacht Schaden an der Zierinheit und fügt dann allen Einheiten in einem Umkreis von 2 Feldern. 30% des Schadens zu ist auch. Das ist gut. Das hört sich nicht so geil an. Das auch nicht. Was ist dunkles Ritual? Feinde in einem Umkreis von einem Feld allein schaden. Alle Leichen in einem Umkreis von einem Feld werden Zombie-Einheiten. Das klingt doch ganz nach uns. Werden wir mal mitnehmen. Passt doch zur Fantasie. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Von der keine Ahnung, wie das dann auf dem Schlachtfeld aussieht. Hier haben wir auch ein Level abbekommen. Bei unserem Nahkampfhelden. Was kann er noch mitnehmen? Er hat hier unten erstmal alles Wichtige. Da ist kein Magier. Was ist Wache? Erstschlag und 20% Schaden durch Gegenschlagen und Gelegenheitsangriffen. Da ein Nahkämpfer ist, wird er natürlich oft getroffen. Und bei den Gegenschlägen macht er mehr Schaden. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. So, mal gucken, was wir bei ihm bekommen können. Er könnte sich sofort irgendwo hin teleportieren als Nahkämpfer. Wäre auch nicht schlecht, weil er auch für eine Runde 40% Ausweichen bekommt. Ich halte allerdings hier bei den Nahkämpfern immer gnadenlosen Zorn für extrem stark. Drei Runden lang kriegt er plus 30% Nahkampfschaden. Das finde ich nochmal ein ganzes Stück stärker. Ich gucke gerade nur nochmal schnell über die anderen Sachen drüber. Aber nee, das müssen wir mitnehmen. Clanloser Zorn. Haben wir uns geschnappt. Und dann geht es auch schon weiter. Wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Wie gesagt, ich will die Ruine aufbauen. Nehmen wir den Umweg hier noch mit? Ja oder nein? Wir gehen wahrscheinlich hier rüber. Das heißt, die lassen wir hier erstmal noch in Ruhe. Nehmen die Piratenbucht dann noch mit und dann gehen wir zur Stadtruine. Oh, jetzt hat er die besiegt. Das hätten wir gar nicht machen müssen. Dann geht es weiter zur Piratenbucht. So, Verhandlungen abgeschlossen. Nächste Stufe mit den Vasallen. Wir können neuen Handel eingehen. So, was brauchen wir im Moment am meisten? Nicht unbedingt Gold, wenn Einberufung. Ja, wir handeln Gold gegen Einberufung. Welcher Zauber ist bereit? Können wir einen weiteren Knochen-Golem erschaffen? Ja. Aber nur, wenn wir die zwei Skelette haben. Brandmal des Zorns. Würde im Moment nur eine Einheit von profitieren. Aber, wenn wir trotzdem gleich nutzen. Wir haben das Mana. Mana sieht ja auch ziemlich gut aus eigentlich. So, was war jetzt hier? Nichts Besonderes passiert. Unsere anderen Stadt. Könnten wir vielleicht langsam nochmal einen weiteren Knochen-Golem erschaffen? Dauert fünf Runden. Ähm, aber da wir den Slot aktuell eh nicht nutzen für die Einheiten, machen wir das Ganze. So, wie sieht's hier aus? Was mir auffällt ist, dass wir mit unseren Speern extrem wenig, ja, Boni eingesammelt haben bis jetzt. Ich bin mir so sicher, dass hier Nemo ist, irgendwo in dem Bereich. Hier ist auch nochmal was für den Auftrag. Dann gehen wir wieder ins Landesinnere. Gucken wir mal gerade in die Diplomatie, wie sieht denn das Ganze aus? Nemo ist natürlich nicht so begeistert von uns. Mit Dezimus haben wir echt gutes Verhältnis. Otto ist so ein bisschen, boah, sieht okay aus, sieht okay aus. Okay, Brandmahl ist fertig, weitere Einheiten-Verzauberung werden wir gleich nutzen. Was haben wir hier freigeschaltet? Äh, Astrale Reichsfertigkeit, das Sperren und Mischen von Forschungsfertigkeiten, was wir im Moment ja kaum machen, kostet 50% weniger. Das Errichten von Forschungsstadtbauwerken kostet 50% weniger Gold und Produktion. Das könnte uns später auf jeden Fall auch nochmal behilflich sein. Hier kriegen wir extra Kampfzauberpunkte bei Tötung von Einheiten im Kampf. Und hier kriegen wir eine Gruftlinge, was macht die? Belebt getötete Ziele als Zombies unter der Kontrolle des Trägers wieder. Na, wenn das nicht zu uns passt. Da sind wir unten freigeschaltet. Einen weiteren Flüsterstein brauchen wir aktuell nicht. Jedes Stadt in einem Reich verliert eine Bevölkerung, ruft aber sofort drei Einheiten der Stufe 1 vor. Den brauchen wir gar nicht. Wir haben ein paar Farmleute, auf jeden Fall nehmen wir Wohnpflege mit, das ist ziemlich sicher. Plus 5 Nahrung bei jeder Farm. Und dann nehme ich, glaube ich, die Gruftlinge einfach mal mit. Oder wir nehmen die Todesmagie mit. Ne, nehmen wir die Todesmagie mit, dann können wir noch mehr zaubern, das ist erstmal wichtiger. Den Rest lassen wir erstmal so. So, den Fluch erforscht. Was nehmen wir als nächstes? So, Bücher der Stufe 2, Leute. Sehr interessant. Astral, Bücher, Buch der Verstärkung oder Buch des Vorhersehens. Oder eben, das was wir hier eigentlich machen wollen, Buch der Nekromantie, Leute. Untote wiederherstellen. Stellt bei allen untoten Einheiten in der Verbündeten Zielarmee alle Trefferpunkte wiederher. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Verwesende Explosionen. Verbündete Zombie-Zieleinheit explodiert und verursacht dabei 15 Froschschaden. Und Verderbnisschaden auf 15 und belegt mit einer Basischance von 90% feindliche Einheiten mit Verwesung. Was macht Verwesung? Einheit erleidet jede Runde 5 Verderbnisschaden und erhält keine Trefferpunkte mehr zurück. Also keine Regeneration oder wahrscheinlich geht dann auch keine Heilung. Zombies erwecken. Erweckt einfach nur Leichen. Ja, zu Zombies. Das passt so alles zu uns, Leute. Das passt so alles zu uns. Nekromant Stufe 3 Einheit. Ja, komm. Ja, das müssen wir mitnehmen. Dafür haben wir ja diese Fraktion erstellt. Und der Nekromant wird uns auch gleich angeboten, was ich super cool und interessant finde. Stufe 3 Einheit, die wir dann beschwören können mit unserem Mana. So, hier haben wir nochmal eine starke Einheitenverzauberung, eine Basischance von 60% Verwesung zu verursachen. Dieser Schaden über Zeiteffekt verhindert, dass Einheiten genau Trefferpunkte regenerieren. Leute, nehmen wir aber erstmal den Nekromanten. Ich denke, der wird uns schneller weiterhelfen. So, weitere Bevölkerung erhalten. Was wollten wir hier machen? Man verliert das gerne mal aus dem Blick, was man als nächstes vorhatte. Wir haben zwei Steinbrüche, zwei Farmen. Also Försterei werde ich nicht mehr bauen. Eine dritte Farm für die Steinmetzhalle, die uns beschleunigen würde in dieser Stadtentwicklung, was Gebäude errichten angeht. Wo können wir denn hier eine Farm hinbauen? Hier. Und würden das Mana mitnehmen. Das ist doch okay. Machen wir das. Machen wir das. Finde ich super, Leute. Nehmen wir hier die Steinmetzhalle mit, für nochmal viel mehr Produktion. Was haben wir noch? Slammerflucht, unsere Hauptstadt, ist auch aufgestiegen. Kann jetzt auch nochmal irgendwas einnehmen. Da haben wir unsere Projekte ja schon mal drin. Was haben wir hier aktuell? Wir haben drei Förste rein, zwei Farmen und eine Mine, aber noch keinen Steinbruch. Hier wollte ich, glaube ich, genau auf Einheitenproduktion erstmal umswitchen. Wir können aber auch das Extra-Gold mitnehmen, was jetzt auch immer wichtiger wird und wissen. Darum nehme ich erstmal dieses verstärkte Gebäude noch mit hinten dran. Und dann warten wir. Bei den Einheiten können wir einen weiteren Nachtwächter produzieren oder auch mal einen Hexenmeister. Aber wir brauchen eigentlich Nahkämpfer, oder? Hier haben wir nämlich nur einen drin, der uns schützt. Hier haben wir auch nur einen drin. Dann packen wir den erstmal dahin. Dann packen wir, ja, schnappen wir uns erstmal weitere Nachtwächter. Und ja, welche Provinz nehmen wir jetzt als nächstes, Leute? Welche Provinz gibt uns als nächstes, ähm, den größten Schub? Hier haben wir ja alles. Vielleicht hier wirklich das Ganze einpacken. Ja, dass wir die dann auch noch gleich wegräumen. Nach der Piratenmucht. Wobei, nee, ich wollte ja erstmal die Stadtruine aufbauen. So, dann ziehen wir die bis... Oh, nee, ist das Nimo? Ach, verdammt. Das sind auch Späheinheiten, aber eben zwei, ne? Die werden unseren einzelnen Späher vernichten, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Aber wahrscheinlich haben wir schon verloren. So nah, wie sie dran ist. Okay, sie ist ja auf jeden Fall in der Nähe. Ja, egal. Gehe ich aufs Wasser. Wahrscheinlich wird sie uns gleich vernichten. Weil ich glaube, die schweben die Einheiten, ne? Sieht so aus, als würden die schweben oder schwimmen können. Okay, Leute, ich gucke nochmal kurz in die Städte. Und dann geht's weiter in die nächste Runde. Na, wir wurden noch nicht angegriffen. Okay, die erste Vasallen-Mobilisierung, Leute. Wir können sehr schnell zusätzliche Einheiten bekommen. Ihr seht, wir haben... Ja, wir könnten zwei bekommen. Einmal so eine Mystik-Projektion. Das ist aber nur eine Späheinheit. Brauche ich nicht. Für den Zeitpunkt. Schildeinheit wäre eigentlich ganz gut. Oder Unterstützung. Ne, wir nehmen die Schildeinheit, ne? Schnappen wir uns die. Für uns natürlich... ...wird in zwei Runden hier erscheinen. Okay. Der will uns einfach nur nochmal sagen, dass er zufrieden mit uns ist. Wir sind auch zufrieden mit ihm. Alles gut. Hier ist eigentlich nichts passiert. Dann ziehen wir unsere Einheiten. Wir machen hier die Piratenbucht platt. Wie sieht's aus? Ja, wir sind doch gut überlegen. Aber kann sein, dass wir ja trotzdem eine Einheit verlieren. Aber das ist okay. Zauberstab der Umkehrung. Was macht das Ganze? Entfernt alle negativen Statuseffekte vom verbündeten Ziel. Und gewährt für jeweils den negativen Statuseffekt einen zufällig positiven. Nahrung kriegen wir auch. Naja, das kann direkt unser Zauberer an sich nehmen. Ich glaube nicht, dass das unser Nahkämpfer benötigt. Dann sieht das Ganze doch ganz gut aus. So, was wollten wir als nächstes machen? Wir wollten die Ruine hier aufbauen. Das ist jetzt mein großes Ziel eigentlich. Gleichzeitig wollten wir aber auch hier noch Gegner besiegen. Wir machen folgendes, Leute. Wir teilen die ein bisschen auf. Was haben wir denn hier? Ein, zwei Nahkämpfer. Das heißt, wir schicken den mit. Den Bogenschützen auf jeden Fall. Ah, nehmen wir den anderen auch noch. Den schwächeren Nahkämpfer. Dann gehen die jetzt dahin. Und unser König geht weiter Richtung Stadtruinen. Okay, Leute. Ein weiterer Untergrund, den wir uns vielleicht anschauen können. Unweit des Gefängnisses. Elias' Gesang wird lauter und du spürst, dass ihr Gefängnis in der Nähe ist. Plötzlich öffnet sich ein Riss, durch den du eine Godia mit einer Halbmaske sehen kannst, die mit Nimue spricht. Die Godia namens Lestil versucht weiter zu argumentieren, doch Nimue schickt sie fort, nicht ahnend, dass du dieses Gespräch mit angehört hast. Ja, das ist vielleicht mal ganz interessant. Und Goldweiser, okay. Okay, da gibt es auf jeden Fall eine weitere Godia, die damit anscheinend auch nicht so zufrieden ist, was Nimue hier macht. Die anderen Speer verfolgen uns, das müssen wir ein bisschen abhauen. Aber kann sein, dass wir unseren Speer verlieren werden. Aber wir schauen, dass wir noch ein bisschen was aufdecken. Hier haben wir eine Stadt von Nimue aufgedeckt. Das ist sehr wichtig, Leute, dass ihr wisst, wo sind eure Gegner etc. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um taktische Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir erstmal alles. Zauber können wir auch nichts Sinnvolles machen. Dann gehen wir in die nächste Runde. Bis jetzt macht mir diese Karte auf jeden Fall sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wir kriegen weiteres Handelsangebot mit dem Verteidigungspakt. Nehmen wir gerne an. Wir haben da nicht wirklich einen Nachteil von aktuell. Von der alles gut. Außerdem festigt das die Beziehungen. Andere Herrscher haben eine Freundschaft erklärt. Ja, und besser könnte es ja nicht laufen, dass die zwei sich auch gut verstehen. Der Otto und der Dezimus. Ja, wunderbar. Dann sind wir gegebenenfalls wirklich alle. Das hätte ich nicht gedacht. Auf dieser Karte gegen Nimue. Ich frag mich, ob man das durch irgendwelche Entscheidungen vielleicht auch anders beeinflussen kann. Dass man doch mehr Gegner hat. Jetzt hauen wir ab in seine Richtung. Wir werden hier noch ein bisschen die Karte aufdecken auf dieser Seite. Was haben wir hier oben? Das ist... Ach ja, wir wollten da hin. Dann haben wir das Ganze auch versenkt. Kriegende Wirbelwindlinge. Eine weitere Waffe. Schauen wir uns das Ganze mal an, welche wirklich besser ist. Aber ich glaube, die Geißel hier ist besser. Wobei die Wirbelwindlinge auch Stufe 2 ist. Also Sturmhieb gegen schweren Sturmhieb. Wobei wir machen ein bisschen mehr Schaden mit der Wirbelwindlinge. 25 gegen 24. Und Wirbelwindschlag fügt allen angrenzenden Einheiten Schaden zu. Ist die Frage, wie viel. Auch 100% des Schadens oder eben nur ein Teil. Da steht er leider nicht so genau. Aber das finde ich eigentlich, glaube ich, noch mal stärker als Vernichter der Riesen. Hm. Wobei es kommt drauf an natürlich. Gegen besonders große Einheiten, wo Vernichter der Riesen wirkt, ist natürlich Vernichter der Riesen super mit plus 40% Schaden. Aber in allen anderen Situationen würde ich sagen, ist der Wirbelwindschlag, je nachdem wie viel Schaden er dann tatsächlich macht. Wenn er 100% des Schadens macht an angrenzenden Kreaturen, ist es super. Also wir werden jetzt diese Waffe mal ausrüsten. Ein sehr, sehr starker Fund, denke ich mal. So, was können wir hier noch bereinigen mit dem Helden bei uns in der Umgebung? Wir könnten, wie gesagt, ah, hier haben wir noch was, was wir einnehmen können. Wir können sonst hier oben, haben wir alles, ne? Ja, die Einheiten sind alle weg. Hier haben wir ein Glitzerhain. Könnten wir auch beanspruchen, wenn wir Fluktum übernehmen. Oder ziehen wir sie doch wieder zu unserem Herrscher und gehen hier weiter lang. Ja, wir müssen ja auch bei dieser Stadtruine, die wir dann aufbauen, die Umgebung auch noch säubern. Darum ziehst du jetzt doch mal zurück dem Herrscher hinterher, dem König, der sich jetzt auf den Weg zu der Stadtruine macht. Dann werden wir hier noch die Speer ziehen. Einmal zu dem Wachtturm. Was haben wir hier? Einen Außenposten. Was haben wir hier? Altes Wunder, Stufe 1 von der Schwierigkeit her. Und hier haben wir ein altes Wunder, was wir durch besiegen müssen für eine der Aufgaben. Auch Stufe 1, kein Problem. Aber hier haben wir auch Nemo. Also wir werden mit dieser Stadtruine ziemlich nah dran sein an Nemo. Da müssen wir echt aufpassen. Beziehungsweise unsere Einheiten dahin verlegen. Gehen wir vielleicht hier auch in den Untergrund, Leute, und schauen mal, was ist jetzt los? Ich will auch keine Feind. Haben wir hier eine Einheit von ihm? Ach so! Deswegen warnt uns das Spiel. Dann gehen wir mal ein Feld weg. Und dann soll er erstmal ziehen in der nächsten Runde mit seinen Kreaturen. Genau. Gehen wir weiter. Okay, freie Stadt könnten wir jetzt auch übernehmen. Aber wir bauen ja gleich die dritte oder die nächste Stadtruine auf. Dann haben wir eh unser Stadtlimit erstmal erreicht. Und ich bin mit den Vasallen aktuell auch erstmal zufrieden. Von der ist alles gut. Wir gehen weiter in die Richtung. Ich überlege gerade. Nehmen wir hier noch Gegner mit? Ne, wir sind nur zu dritt. Wir gehen weiter. Und wie sagt mit der Einheit hinterher? Hier laufen wir weiterhin weg vor Nemo. Was haben wir hier noch bekommen? Ach so, durch die Vasallen-Mobilisierung haben wir Einheiten bekommen. Jetzt ist die Frage. Aber halten wir ein paar zurück? Zur Verteidigung. Wobei Nemo ist hier unten rechts. Ne, die ziehen wir auch rüber. Und verstärken unsere Hauptarmeen. Können wir jetzt in den Untergrund gehen? Ja. Und hier gibt es tatsächlich eine Stadt. Gehört zu unserem Verbündeten Otto. Sehr cool. Hier waren wir ja schon mal kurz. Gucken, ob wir hier noch irgendwas freischalten können oder irgendwas plündern können oder so. In den Städten können wir aktuell auch nicht viel machen. Hier könnten wir nochmal eine Einheit nachproduzieren. Wir brauchen erstmal Nahkämpfer, um uns zu schützen, um unsere Fernkämpfer zu schützen. Ich bin aber ziemlich zufrieden, Leute. Runde 25. Wir haben schon sehr viel von der Karte aufgedeckt. Wir wissen, wo unsere Gegner sind. So, weitere Provinz. Was wollen wir hier als nächstes für Gebäude bauen? Gold und Mana wäre nicht schlecht. Steinbruch. Also hier kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Gold. Was wir mitnehmen. Und war das jetzt unsere Hauptstadt? Ja, ne? Dann nehmen wir hier für den Dunkelritter. Schauen wir uns den mal kurz an. Eine weitere Nahkampfeinheit. Stufe 3. Finde ich auch super. Dann nehmen wir die auch erstmal mit. Oder nehmen wir die Nahrung mit. Ne. Können wir dann nebenbei machen. Können wir dann erstmal den Dunkelritter erstellen, während wir dann die anderen Sachen machen. Wir gehen auf Rathausstufe 3 für bessere Einheiten. Und dann haben wir danach aber erstmal alles. Schauen wir mal, was uns am ehesten, am schnellsten voranbringt. Wir könnten hier den Glitzerhain vielleicht auch mit dieser Stadt beanspruchen, statt später mit Fluktum. Guck gerade nochmal. Das haben wir ja. Eine vierte Försterei brauchen wir vielleicht später mal. Können auf jeden Fall in die Richtung gehen. Dann schauen wir mal, dass wir hier eine weitere Fischerei bauen. Ihr seht, ne? Das ist so stark durch die ganzen Boni, die wir mitgenommen haben. Neun Nahrung, zwei Einberufungen, zwei Gold. Lohnt sich auch immer. Und dann sind wir jetzt auch endlich bei den Stadt... Warum wird mir das immer so angezeigt? Wird das Otto? Ach, scheiße. Das sehe ich jetzt erst. Wir waren zu langsam. Er hat die Stadt aufgebaut. Also er hat schon angefangen, die Stadt aufzubauen. Verstehe. Ja, das ist blöd. Das macht mir meinen ursprünglichen Plan, den ich so lange hatte, kaputt. Dass wir nämlich auch eine Stadt hier oben haben, wo wir noch relativ sicher sind. Weil Otto und Schütz, sag ich mal, vor Nimoe... Wäre das eigentlich ziemlich cool gewesen, hier eine Stadt zu haben. Und da er hier eine Stadt hat und wenn er hier noch eine aufbaut, lohnt es sich jetzt auch nicht hier einen Außenposten zu bauen. Das würde überhaupt nichts bringen, weil er auch hier einen weiteren Außenposten hat. Also er will hier alles einnehmen in dem Bereich. Das heißt für uns... Ja, was machen wir? Wir könnten Fluktum übernehmen. Dann ist das unsere dritte Stadt. Ja, mit der sind wir auch relativ nah dran. Müssen nur etwas übers Wasser setzen. Dann sind wir auch hier in den ganzen Bereichen. Das wäre eigentlich auch eine gute Strategie. Das heißt, ja, wir werden Fluktum übernehmen. Ich denke, das ist die beste Variante jetzt. Weil wenn er hier einen Außenposten wahrscheinlich hier raus auch eine Stadt macht, dann bringt es nichts, wenn wir hier hingehen. Ja, okay. Da unten ist ein Nemo, dann können wir hier nicht viel machen, Leute. Das ist schade. Dann gehen wir hier erstmal zurück. Und ich werde wahrscheinlich Fluktum einnehmen. Ja, werden wir dann so machen. Ich ziehe erstmal noch die Speer. Schauen, ob wir noch irgendwas Interessantes aufdecken können, aber aktuell eher nicht. Was wollten wir hier machen? Ach ja, die Karte aufdecken. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas, was uns weiterhilft. Dann müssen wir nicht in die Richtung. Dann gehen wir jetzt eher Richtung Fluktum. So, auch die Einheit werden wir mal hier hinziehen. Und ja, Leute, dann werden wir die übernehmen. Äh, wo ist das Ganze? So. Wie teuer war das nochmal? 260 Imperium. Machen wir das Ganze auch? Ja, wir kennen das Ganze schon. Hier ist nichts Außergewöhnliches. Wir können es automatisieren, wollen wir aber nicht. Wir wollen es selber verwalten in jeglicher Hinsicht. Und haben jetzt hier relativ nah an Nemo-Stadt dran. Ähm, jetzt auch eine weitere Stadt. Stufe 7 schon. Das gefällt mir. So, hier ist, ne, der Frosch. Da können wir auch nicht weiter hin. Und schauen wir mal, was wir hier produzieren können. Was hat er denn unten alles? Er hat eine Mine, er hat eine Farm, zwei Fischereien, so eine Werft und so einen magischen Posten. Abkommen ist natürlich abgelaufen, klar. Ich hoffe, Dezimus ist jetzt nicht sauer auf uns. Eilbären haben wir jetzt auch direkt erhalten. Den, da hatten wir ja vorher schon, durch den Handel, glaube ich. Ähm, genau. Da müssen wir jetzt überlegen, was machen wir hier? Was machen wir mit der Stadt? Besondere Provinzverbesserung, Seelenquell, ähm, gibt, ja, durch Kind jetzt endlich mal Seelen. Und dann also nicht nur durch getötete Einheiten, sondern werden wir dann auch so bekommen. Ähm, ja, da müssten wir irgendwas opfern. Aktuell haben die noch nicht so viele Provinzen. Das merken wir uns auf jeden Fall mal für später. Wir wollen mehr Gold haben, dann würde das denn machen. Wir wollen aber natürlich auch mehr Produktion vor allem haben. Nahrung sieht eigentlich mit fast 100 gut aus, aber Produktion sieht ja echt grässlich aus. Außerdem ist die Stadtstabilität grässlich. Warum haben die so eine verdammt geringe Produktion? Weil sie keine Eisenlager oder ähnliches haben, ne? Das ist natürlich... Dann dauert das Bauen von Gebäuden einfach ewig, ja? Tja, dann können wir auch nicht super viel machen. Ich meine, die Bevölkerung wird schnell steigen. Und dann müssen wir halt auf mehr Produktion gehen. Gehen wir erstmal auf den Verkäufer für mehr Gold. Achso, Stadthalter müssen wir noch einstellen. Äh, wir haben ja jetzt Helden übernommen von denen. Schauen wir uns die doch mal kurz an. Beide, Stufe 5. Was haben wir hier in weiteren Nahkämpfer? Das ist auf jeden Fall super. Mit der Claymore. Und was haben wir noch bekommen? Und eine Bogenschütze. Mit dem Adlerbogen. Basisch Chance von 60% für drei Runden zufällig entweder Brennen, Blutung oder Vergifte zuzufügen. Klingt auf jeden Fall mal sehr stark. Wir hatten ja auch keine Items mehr, ne? Ne, okay. Dann haben wir zwei weitere Helden. Das heißt aber auch, wir haben erhöhte Goldkosten. Ihr seht das jetzt, ne? Im Tooltip, Leute. Heldenlimit 30 Gold. Weil wir eben... Wir dürfen nur so viele Helden haben, wie wir auch Städte haben. Da wir jetzt aber vier Helden haben. In dem Moment müssen wir halt für einen extra Gold bezahlen. Seht ihr eben, wie teuer das Ganze ist. Wenn ihr es übertreibt mit den Helden. Okay, dann nehmen wir uns hier den Besten, der noch übrig ist. Der hier gibt mehr Produktion. Ne, ist das gleiche an Produktion. Der hier gibt Nahrung. Dann nehmen wir den hier. Setzen wir den ein. Was können wir für Einheiten ausbilden? Warum kriegen wir hier eigentlich so viele Mali-Gebiet? Minus 30. Da müssen wir auch gegenarbeiten. Ansonsten haben wir da auch ein Problem. Nehmen wir hier die Schildeinheit erstmal mit. Noch mehr Nahkämpfer. Und ich gucke gerade nochmal. Ja, Stadttabilität sieht überall nicht so gut aus, Leute. Da müssen wir jetzt langsam auch gegenhalten. Wir sind schon bei minus 35. Und ab 40 haben wir schon die Unruhe mit minus 20 Prozent Stadteinnahmen. Ja, müssen wir mit Gebäuden und so jetzt langsam mal gegenarbeiten. Werden wir dann auch auf jeden Fall machen. Ja, Leute. Mit der Übernahme jetzt der freien Stadt beende ich dann auch diese Folge. zu dem Szenario verzauberter Archipel auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.